Neu eingetroffen, ihr Lieben, steht hinter mir ein kleiner Stadtflitzer. Damit kannst du überall sogar quer einparken. Das Fahrzeug ist ein VW Up aus Erstzulassung 2013, aus zweiter Hand. Selbstverständlich unfallfrei, nachlackierungsfrei. Ein Liter mit 75 PS hat die Sonderausstattung Wide Up. Und ist wirklich ein sehr, sehr gepflegtes Fahrzeug in einer Top-Ausstattung. Komm, gucken Sie das Fahrzeug einmal im Detail an. Wir haben Allwetterreifen, wir haben vier Türen, Zentralverregelung, Sitzheizung, Klimaanlage, elektrische Fensterheber, Navigationssystem mit Bootcomputerabwerk, abgedunkelte Scheiben. Hintzen, 96.600 gelaufen. Ein kleiner Raumwunder, würde ich sagen. Günstig in der Versicherung, günstig in den Steuern. Ich könnte ja gerne einmal reinschreiben, was der jährliche Steuern hat. Würde mich echt interessieren. Ja, viel Kofferraum hast du und dafür nicht. Aber dafür haben wir einen Viertürer, wo man auch hinten was ablegen kann. Ist frisch eingetroffen, ist ein direkter Zukauf von uns. Was möchten wir dafür haben? 5.950 Euro. Vertraut mir, vergleicht das Fahrzeug bitte mit einer Sonderausstattung als Wide Up. Mit Navi, Sitzheizung, Klimaanlage unter 6.000 Euro. Unter 100.000 gelaufen. Wirklich extrem günstig. Selbstverständlich bieten wir auch bei diesen Modellen, auch bei dem Baujahr, eine Finanzierung über die Santander an. Vielleicht hast du ja noch einen alten Wagen, was du nicht mehr fahren möchtest. Und den würden wir auch aufkaufen. Falls ich jetzt dein Interesse geweckt habe, rufst du an oder du schaust bei uns vorbei. Und heute Abend spielt Türkei gegen Österreich. Ich hoffe, dass wir heute gewinnen. Weil am Ende möchte ich, dass Türkei gegen Deutschland in der Finale spielen. Ich hoffe, das klappt. Und falls ich jetzt dein Interesse geweckt habe, dann sollst du schnell vorbeikommen, weil der wird nicht lange stehen.